Ich würde Sie ganz herzlich einladen zu einem künstlerischen Experiment heute mit Farbe und Farbe. Das ist ja toll. Also heute ist was ganz Tolles, ganz spannend. Ja, ganz viel Vertrauen. So, ja. Kannst du stärken uns nochmal? Ja, lass mal uns überraschen. Lass mal uns überraschen. Darf ich Sie? Wir kriegen ein kleines. Ja, das sind einmal schätzend. Ach Gott, das war ja. Und gerichtet. Jetzt machen wir hier drei Farben, wenn Sie in mein Stöpfchen schauen wollen. Das ist blau, rot und gelb. Blau ist die Lieblingsfarbe der Deutschen. Hier schlafen wir. Blau ist die Farbe der Treue. Ja. Für mich soll's rote Rosen regnen. Wie geht's denn weiter? Ich weiß nicht, der Gäste. Achso. Gelb. Da fällt mir auch ein Lied ein. Das kennen Sie bestimmt auch. Auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vor, wenn's die Rösslein traben, lustig schmacken, sagt das Wort. Schmacken, lustig schmacken, lustig schmacken, lustig schmacken, lustig schmacken. Wir wären ja so gern noch geblieben, aber der Wagen, der rollt. Das ist jetzt in einer Ausstellung. Das jetzt an der Wand hängt, sieht das nicht gut aus. Das jetzt in einer Ausstellung. Oh, in welchem Geh ich denn das herbestellt? Jetzt dürft ihr erstmal einen Kami trinken und dann geht's weiter. Oh, da sieht er wirklich aus. Sieht schön aus. Ja. 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 Hatten Sie da so ein bisschen Bedenken am Anfang? Ja, ich habe gedacht, naja, mal sehen, was das werden soll. Aber war das jetzt eine Überwindung oder war das... Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Jetzt ist der hier unter uns hier. Ja. Und allesgleichen, ne? Das heißt, einer ist da wie der andere mit so einem vollendeter Künstler oder so irgendwie, ne? Und deswegen ist man da ein bisschen freier, ne? Okay, das hat, ja. Das schieniert man sich nicht, ne? Ja, genau. Ich habe da immer gedacht, mal sehen, was das werden soll. Ja. Und dabei sieht das jetzt so toll aus. Genau. Das ist ja das Schöne. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ja. Ich bin auch sehr, sehr glücklich. Ich finde auch die Bilder wunderschön. Ja, sehr schön. Ich finde auch die Bilder wunderschön. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018